Adho Mukha Marjarasana ist der nach unten schauende Kater. Adho Mukha Marjaryasana wäre die nach unten schauende Katze und Marjarasana Kater. Es sind beides Bezeichnungen für die gleiche Stellung. Vom Vierfüßlerstand ausgehend mache den Katzenbuckel und schaue zur Erde. Das ist die einfache Variation von Adho Mukha Marjarasana. Eine zweite Möglichkeit wäre, wie eine Katze streckst du die Arme nach vorne aus, kommst auf die Fingerspitzen und stellst die Füße auf, gibst also die Zehenspitzen auf den Boden. Auch das hilft, Rücken und Schultern aufzulockern und so eine Entspannung in der Rückseite des Körpers zu bewirken.